Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Thorsten Zedt, ich betreibe die Seite Aktienfinder.net, den Aktien-Screener für Wachstumswerte. Außerdem habe ich auch eine zweite Seite, die heißt Wachstumswerte.net und hier mache ich einmal im Monat einen Depot-Update. Ich führe ein Smiler-Depot, das heißt Cashflow-Depot und das ist der Versuch über Dividenden und Verkauf von Optionen, Aktienoptionen, einen Cashflow zu generieren. Und wie es läuft, das gebe ich jeden Monat zum Besten. Dieser Monat steht unter dem Motto Vizeron so gewonnen. Warum? Weil wir hatten ja hier im Dezember letzten Jahres den schlechtesten Dezember angeblich seit der großen Depression 1931 und jetzt haben wir den Januar und ist der beste Januar seit irgendwann 80er Jahren. Das heißt also, wir haben hier diesen großen Kursverlust zu erleiden gehabt, auch bei mir im Depot teilweise noch deutlich stärker. Am Ende Dezember ging es wieder ein bisschen nach oben und jetzt ging es im Januar eben entsprechend wieder nach oben. Das hat sich natürlich auch auf mein Depot ausgewirkt. Das ist dann eher gut 6% gestiegen. Es ist noch ein bisschen mehr gestiegen, aber wir haben ja einen relativ schwachen Dollar gehabt, deshalb hat es nochmal etwas auf die Performance gedrückt. Wir versuchen, wie gesagt, hier über Dividenden und Optionsprämien Geld zu generieren, also gelaufenden Cashflow zu erzeugen. Mit Dividenden ist nicht so viel gelaufen, 0 Euro. Dafür gab es Optionsprämien, 2314 Euro, was immerhin 1,14% ausmacht. Und darauf gehen wir dann auch noch näher ein. Was auch interessant ist, ist ein Buchverlust durch Ausübung. Das heißt, ein sogenannter Short Put, wo ich also gesagt habe, ich kaufe eine Aktie ab zu einem gewissen Preis, einen sogenannten Strike. Diese Option ist ausgeübt worden und es war CVS, 200 Stück und die sind ziemlich nach unten gerauscht und dann habe ich die quasi abgenommen. Abgenommen für 75 US-Dollar, obwohl sie jetzt nur 65 US-Dollar wert sind, so Pi mal Daumen. Gucken wir uns noch im Detail an. Und das hier ist dann eben CVS, die ich gekauft habe, weil der Marktwert zum Monatsende ist ja deutlich gestiegen gegenüber dem Marktwert zum Monatsanfang. Zum einen eben durch diese unrealisierten Kursgewinne, zum anderen aber auch durch den Kauf von 200 Stück CVS. Dann schauen wir uns mal hier die einzelnen Positionen an. Hier haben wir CVS, die 200 Stück, die jetzt dazugekommen sind im Rahmen einer Option. Die Optionsprämie, die war 444 Euro wert, aber der Buchverlust quasi, zu dem ich Sie habe nehmen müssen, ist 1.600 Euro. Wir haben hier schon eine Sortierung nach dem Buchgewinn bzw. Verlust. Drei Aktien haben Buchverlust und die anderen sind im Gewinn. Im Gewinn vor allem auch hier die Tech-Aktien, also Facebook, Alibaba, Microsoft sicherlich auch. Vor allem aber eben diese Funkstocks und die Budstocks hier. Tencent auch relativ stark im Gewinn. Ich hatte ja im Dezember noch, glaube ich, ein Video gemacht über die Funkstocks, auch hier über die Budstocks. Und gerade bei den Funkstocks habe ich mich auch mit der Bewertung beschäftigt und ja auch gesagt, dass Facebook unterbewertet ist. Und die sind entsprechend auch wieder gut gestiegen jetzt. Und bei Alibaba bin ich auch relativ bullish. Und die sind ja auch gut abgegangen jetzt. War insofern aus meiner Sicht jedenfalls jetzt nicht überraschend gewesen. Dann haben wir hier die Wechselkursverluste hier durch einen leicht gefallenen Dollar hier. Und dann haben wir hier die Optionsprämien noch. Was man sieht ist hier Tesla. Mit Tesla mache ich relativ viel. Das heißt, da habe ich Covered Calls. Ich habe auch 100 Stück Tesla. Die veroptioniere ich. Und ich schreibe auch Short Puts. Und das klappt momentan doch relativ gut. Und dann habe ich hier noch Calls geschrieben gehabt. Weitaus im Geld und noch vor den Earnings. Weil ich ja mit guten Earnings gerechnet hatte. Und die sind auch wertlos verfallen. Dann gehen wir noch mal weiter runter hier zu den Optionen. Und da sehen wir eben sehr viel Tesla. Und Facebook, Alibaba und dann wieder diese CVS. Und CVS gucken wir uns jetzt mal näher an. Weil da möchte ich auch mal einfach ausführen, wie so eine Strategie aussehen kann. Um eben mit so einer Aktie Cashflow zu generieren mit Hilfe von Optionen. Und zwar gehen wir hier wieder in TradingView.com rein. Und das ist eine Aktie. Und da habe ich mal so ungefähr die Optionsprämien aufgezeichnet, die ich bekommen habe im Zeitverlauf. Also ich mache das Ganze jetzt seit Juni ungefähr 2017. Also ungefähr jetzt ja eineinhalb Jahre, sage ich mal. Und wenn man jetzt alle Optionsprämien hier zusammenzählt, dann kommen wir auf eine Optionsprämie. Ich glaube es waren 10,05 Dollar. Und eine Aktie gibt 2 US-Dollar Dividende im Jahr. Also haben wir 10 US-Dollar. Und es entspricht 5 Jahren Dividende quasi. Was wir hier an Optionsprämien bekommen haben in eineinhalb Jahren. Wobei die meisten Prämien relativ niedrig gewesen sind. Das gibt einfach mal so eine Größenordnung wieder, oder das zeigt einfach, dass man wenigstens theoretisch mit Optionsprämien einiges mehr an Cashflow generieren kann, als man es nur mit Dividenden kann. Wobei CVS ja mittlerweile auch schon über 3% Dividende gibt. Also die Zahlen doch schon bezogen auf den Kurs relativ gut. Rot heißt immer, dass ich ein Short-Put geschrieben habe. Das heißt, da hätte mir die Aktie theoretisch angedient werden können. Da war ich also bereit, die Aktie zu nehmen. Wenn es grün ist, dann ist es ein Call, also ein Covered Call in unserem Fall. Wenn die Flagge hier ausgefüllt ist, dann bin ich ausgeübt worden. Ich bin also hier ausgeübt worden, hier ausgeübt worden und hier ausgeübt worden. 100% stimmt das jetzt nicht mit der Höhe und so. Da gibt es immer noch einen kleinen Versatz, wenn man hier rein- und rauszoomt. Aber nur für das Verständnis sollte das reichen. Ich hatte hier also dreimal Short-Put geschrieben, bin nicht ausgeübt worden, konnte also immer diese Prämie kassieren. Teilweise habe ich auch zurückgekauft, aber das ist immer quasi netto, was ich gekriegt habe in US-Dollar, also hier 70 Cent. Da bin ich hier ausgeübt worden. Das waren, glaube ich, auch 75 immer der Preis, zu dem ich ausgeübt worden bin. Also wie gesagt, es ist etwas zu niedrig hier die Flagge, aber egal. Da habe ich nochmal ein paar Short-Puts geschrieben. Hätte sofort ein Covered Call hier schreiben können, habe ich offensichtlich nicht gemacht. Jedenfalls habe ich hier nochmal ein paar Short-Puts geschrieben, die dann auch alle im Gewinn und bin nicht nochmal ausgeübt worden. Da ist dann CVS richtig tief gefallen, teilweise unter 60 Dollar. Da konnte ich dann auch keinen Short-Put mehr schreiben, weil da hätte ich kein Geld mehr bekommen für 75 Dollar, weil es zu weit weg gewesen wäre vom aktuellen Kurs. Dann hat sich CVS mal relativ weit erholt. Dann habe ich mal wieder ein Covered Call geschrieben. Also ich bin bereit, die Aktie zu verkaufen und dann ist die Aktie auch gestiegen, teilweise bis auf 80 Dollar. Spitze ist mir ja auch abgekauft worden für 75 US-Dollar hier also. Da habe ich dann wieder einen Buchverlust realisiert. Nicht realisiert, aber ich habe wieder einen Buchverlust bekommen. Und dann habe ich wieder Short-Puts geschrieben, um mir die Aktie quasi zurückzuholen. Wieder Strike 75, also immer hier. Und die hier sind verfallen, beziehungsweise habe ich dann einen Gewinn zurückgekauft. Und hier habe ich dann nochmal, relativ aggressiv, das ist aber auch hier eine relativ hohe Prämie, 2,55. Wieder ein Short-Put geschrieben. Und dann bin ich auch ausgeübt worden und wieder das CVS ziemlich stark gefallen hier runter. Bis auf 62,50 ungefähr. Und jetzt ist er eben 65 US-Dollar wert. Und jetzt kann ich wieder keinen Covered-Core schreiben, weil es ist zu weit weg, zu 75, zu meinem Einstandspreis. Weil hier mit 69 oder 70 möchte ich sie nicht abgeben. Dann hätte ich ja meinen Buchverlust realisiert und das möchte ich momentan nicht, weil ich einfach davon ausgehe, dass CVS auch mal wieder die 75 sieht und mal wieder darüber geht. Allgemein halte ich CVS für eine ganz gute Aktie, sonst hätte ich sie mir sowieso nie andienen lassen. Ich halte es aber auch nicht für eine Kursrakete, die wird meines Erachtens in so einer Range sich bewegen. Und wenn ich jetzt hier unten bin, dann muss ich halt mit 3% ungefähr Dividende vorlieb nehmen. Und wenn es wieder höher geht, kann ich wieder anfangen hier Optionen zu verkaufen darauf. Das ist quasi so eine Art, wie man jetzt mit CVS oder wie ich jetzt mit CVS probiere, mehr an Cashflow zu generieren. Also es möglich wäre, rein über einmal die Aktie zu kaufen und dann quasi nur die Dividenden zu bekommen. Und damit wären wir im Prinzip auch schon am Ende angelangt. Man kann vielleicht noch als Hinweis hier ebenfalls auf der Seite wachstumswerte.net die ganzen Optionen, die ich verkauft habe, einsehen. Also wenn man hier CVS eingibt, dann bekommt man auch hier die ganzen Optionen von CVS. Wenn man es noch ein bisschen kleiner macht, dann sieht man auch hier den Gewinn. Und wenn man es noch kleiner macht, dann sieht man eben auch die Buchverluste, die mir beim Andienen dann, ja, die da angefangen sind, beim Ausüben so rum. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war interessant. Dann bis zum nächsten Monat im Rahmen des Depot-Updates. Tschüss. Dann bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020